Im Gegensatz zu herkömmlichen FFP2-Masken, die ja bereits häufig nach 4 Stunden Tragezeit wieder ausgetauscht werden müssen, punktet die Air Queen Breeze Mask mit ihrer langen Tragedauer von 8 Stunden. Außerdem kannst du die Maske auch bis zu 10 Mal desinfizieren. Nähere Infos dazu findest du weiter unten in der Beschreibung. Praktisch sind auch die mitgelieferten Häkchen an den ultraleichten Ohrschlaufen, die sollte dann so aufgeklappt werden, mit dem Metallbügel oben an der Nase. Sie ist wirklich sehr leicht und angenehm zu tragen. Leichter als ein DIN A4 Blatt kann ich mir gut vorstellen, die Maske jetzt für weitere 8 Stunden zu tragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.